Ich zeig euch, was ich von Rückzug halte! Und zwar jetzt! Das ist recht! Was? Was ist passiert? Ja, genau! So zieht Rotzbacke sich zurück, nämlich gar nicht! Klick, klick, boom! Was ist? Was klotzt ihr mich denn an? Moment, ich weiß ganz genau, was das zu bedeuten hat. Nein! Was denn? Das ist extremliche Übung! Du hast kein Schimmer, was du angestellt hast, oder? Äh, schon! Hakenzahn und ich haben einen coolen Trickschuss hingelegt! Deinetwegen, hättest Astrid fast erwischt! Komm schon, der geht's gut, siehst du nicht? Das ist nicht dir zu verdanken! Nein, nein! Okay, Dschungel! Ganz ruhig, Astrid! Ich mach Kleinholz aus dir! Ach! Ich nehm dein Helm! Das reicht, ich bin es endgültig leid! Ich bin es endgültig leid! Was bist du denn leid? Du machst die Dinge nur, wie du willst! Na klar, denn weißt du was? Ich bin nun mal die Nummer eins! Und er eins! Ganz genau! Wie sollen wir uns auf dich verlassen, wenn du immer nur dein Ding machst? Ach! Was willst du damit sagen, kleiner Higgs? Damit will ich sagen, du bist bis auf weiteres aus der Akademie ausgeschlossen! Was? Du hast Flugverbot! Du kannst mir nicht Flugverbot erteilen! Du bist nicht mein Vater! Doch, das kann ich! Ach, tatsächlich? Ich glaube nicht! Dann verfass uns mal Flugverbot drachen, Junge! Äh, ich dachte Flugverbot bedeutet, er darf nicht fliegen? Denn das sieht mehr danach aus, als würde er fliegen! Du hättest das nicht meinetwegen tun müssen! Wenn wir uns während einer Übung nicht auf ihn verlassen können, wie können wir uns das nächste Mal auf ihn verlassen, wenn Daru uns angreift?